einen wunderschönen guten abend diesen ersten abend auch nutzen um mich bei den gastgebern zu bedanken und ich möchte sie beide und zwar die martina und den fritz ortmann hier auf die bühne bitten eine kleine ist ein kleines gastgeschenk geben und ich würde gerne dir die blumen geben ja nimm mal damit mal er weiß wie frauen sich fühlen wenn die blumensträuße krieg und du christin tonik herzlichen dank liebes mercato ensemble ja das macht ihr sehr professionell danke euch mein mann und sein bester freund waren an dem abend eben auch da die haben sich genau dasselbe gedacht genau kommen jetzt mal ja hier noch schnell rein nicht unser normales umfeld aber das ist ja der hammer was hier noch so alles rumläuft und beide haben sich dann gefunden nicht also ja finde ich toll das war schön musiziert wurde er erster bundespreisträger also ich finde das ist schon mal ein applaus wert das ist interessant im fernsehen denkt man immer wie groß die frau ist ja oder wie groß auch tom cruz ist richtig der tom cruz geht mir hier bis zur brustwarze ja unglaublich möchte mich noch mal im namen meiner kollegen bedanken hier für den herzlichen empfang ja einen tollen rahmen hier ja danke ich wünsche euch viel spaß danke sehr das mercato ensemble live in dienstlaken zum ersten mal hier in festhof ortmann hour und hat marco klício kl hinten klíken klip 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 Vielen Dank.